Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play, mein Loller Maske! Wir haben wieder bessere Laune! Und wir machen weiter. Es geht langsam Richtung Ikana. Jetzt, blieb dich nochmal in den Ikana Canyon. Vertrau mir. Ich vertrau dir, ne? Also, wenn ich jetzt hier wieder 10-fach Wege machen muss, mein Freund. Ne, wirst du nicht, wir brennen jetzt da diesen hässlichen Sonnenklotz weg. Also jetzt zum Ikana-Tempel. Ja, jetzt zum Ikana Canyon. Ikana Canyon, Entschuldigung. Bevor ich hier, ne? Ich höre jetzt auf ihn. Alles auf deine Verantwortung. Ja, 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 ja. Es ist, like, sie so ein bisschen angepisst wegen dem Ende von dem Vordungeon, Leute. So minimal. So minimal. Nur so ein Tempel. Du magst die Hände im Zelda nicht mehr. An dem verdorben Baum in der Nähe vom Fluss, die drei Gräser mit und frischst dir erst nochmal alles auf. An dem verdorben Baum in der Nähe vom Fluss. Da ist aber nur eins und da ist eine Fee. Das ist kein verdorter Baum, das ist ein Stück Scheiße. Dafür nehmen wir aber dann die Fee mit, die ich verbockt habe. Wo hin mit dir? Nein! Ich hab's so gewusst, Alter. Ich dreh ihm den Hals runter. Ich dreh's ihm scheiß. Ich hasse ihn. Fick doch auf, du Scheiß Fee. Ernsthaft. Das Rotzdieb braucht keinen Schwanz. Er ist so gut, Alter. Ja, ja. Okay. Ich musste aber wieder hoch. Ich bebe mich mal hoch. Alter, ich krieg voll Angst hier, Mann. Meine Playstation geht von alleine an und macht Geräusche. Ja. Der war so gut, ey. Jetzt meine ich mir die Playstation ist, von der er da Angst haben wollte. Richtig gut, richtig gut, Alter. Ach, das ist ein Lachsi. Alter, was geht denn hier jetzt gerade ab? Meine Playstation geht alleine an. Meine Tür klackert die ganze Zeit, ey. What the fuck? Einmal mit Profis arbeiten. Hugo beschwert sich da so schlechtes Spiel, ey. So, jetzt guckst du mal zum verfickten Fluss. Da ist ein Baum. Ja, ein Baum. Ja, hier. Ja, hier. Sag das doch. Und wie sie sehen? Oh, 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 Magie. Oh, oh, Magie, 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 Magie. Ich wurde verhext. Wie ist ein Held? Ich spawn da nochmal hin. Nein. Wieso? Ich will doch nochmal eine Energieflasche mitnehmen. Wenn ich da nochmal hinfliege, kommt noch eine Energieflasche und die kann ich direkt einpacken. Du Vollidiot. Was lass mich doch auch mal machen. Ja, dann mach mal. Ja, mach ich jetzt auch. Weil wenn ich jetzt da nochmal auftauche, spawn ich neu und die ganzen Gegenstände sind wieder da. Keep cool. Du musst mich jetzt sowieso gleich fühlen, wie ich nochmal da hinten wieder rauskomme. Ich hab so das Gefühl, wir müssten da nochmal komplett durchratschen. Nein, läufst du gerade über den Fluss drüber. Oh, meine Güte. Wie lange dauert das? Rechts über den Fluss drüber. Da durch das Miniloch. Kann man ein Schwert nicht benutzen, ist dir bewusst, ne? Ja, du brauchst ja auch nur das Schild. Durch das kleine Loch, Alter. Ich wollte noch Magie holen. Geht nicht. Scheiße. Nimm die Pfeile. Stell ihn doch nicht so an wie gestern, ey. Wie gestern? Dass der getroffen hat, ne? Alter, jetzt wirst du zickig, ne? Ja. Ich brauch ne Pause, ja, von dem Scheiß. Wir haben gesagt, wir ziehen das jetzt durch. Du bist mir die ganze Zeit auf den Sack gegangen. In der langen Session. Und jetzt ziehen wir das hier durch, Alter. Ich hoffe zu heulen. Wer geht hier wem auf den Sack? So, und jetzt machst du den Scheiß drin hier. Links. So, genau. Nein. Wenn du noch einmal Z drückst, ne? Ich hau dich. Was soll ich jetzt machen, Mann? Der lauft da rein und macht den Scheiß Dungeon. Kann doch nicht so schwer sein. Ich bin immer auch verzaubert, du Held. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe, ich hab die Maske an. Ebe machen. Du hast die Hasenscheiße an. Läuft bei euch, ne? Ja, nicht gewusst. Ja, klar. Aber trotzdem, es erschnauert mich immer wieder. So, was soll ich jetzt hier machen ohne Schwert? Ach, ich kann es mittlerweile wieder verwenden, das ist aber nett. So, hier weiß ich übrigens, hier kann man richtig gut Rubine farmen für die Dingens. Sag mal eben schnell, für die, äh... Dingens. Für die, äh... Für das Herzteil bei dem, äh... Glöckner von Nordrinam hier, bei dem Banker. Hast du schön getanzt. Wohlen ist zufrieden. So, ich brauche Licht. Und ich weiß auch, wo ich das herkriege. Ihr wollt grad sagen, streng mal deinen Krips ein bisschen an. Boah, jetzt ist er zickig, Alter. Jetzt wird's wieder wie im, äh... Wie im, wie im Schneetempel, Alter. Der ist im Schneetempel, Alter. Ich bin ja mal gespannt, wie viel Anläufe du brauchst. Alter. Ohne Scheiß. Händchen! Komm her, Händchen. Ja, Händchen, gib dir. Dein Kollege hat den Jansauer gemacht. So viel zur helfenden Hand, wa, Freunde? Boah, hier gibt's so viel Kohle und wir haben noch so viel Kohle. Dezenter Tipp, falsche Türen, ne? Ja, dann sag das doch. Dann lass mich da doch nicht reinrennen, wenn du keinen Bock mehr hast. Na los, hast du deine Tage? Alter, ich hau dich gleich. Digga! Brauchst du nicht, ich werd dafür schon hart missbraucht. Müssten ja jetzt eigentlich beide Türen aufgehen, oder nicht? Warum denn nicht gleich so? Zack. Zack. Ach, du Scheiße. Ernsthaft? Was macht der hier offen? Und da oben ist der Schalter auf dem Podest. Was hat der jetzt aufgemacht? Ach, die, äh, Wand nach oben, oder was? Ja. Äh, ich seh schon, was der hier von mir will. Zack. Lass los. Ah. Ich muss noch mal runter. Lieber auf Nummer sicher. Ein bisschen Buggy muss auch mal sein, ne? Für den Zehner backst du mit. Fall da bloß nicht in die rote Seuche, sonst bist du down. Ja, was macht der Schalter da unten? Ist das für den Rückweg? Ja, knall ihn ab. Oh, 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 umgekehrte Steuerbund. Hooray! Oh Gott. Auge der Wahrheit. Und bitte ohne Hasenohrenmaske, sonst springst du übers Ziel hinaus. Ja, ja, ja. Ah, alles klar. Ach du Scheiße, wird das jetzt so eine Hüpfkacke hier? Da will ich aber mal kurz die Hasenohrenmaske haben. So. Was haben wir denn hier drüben? Oh, knall die Spideys ab. Die Nerven hier brutal. Machen Safe Stay, tu mir den Gefall. Nee. Äh, hä. Alter. Jo. Ey, ist das ein Zeitschalter? Nee. Oh, na dann. Ist das ja alles halb zur Welt. Wow. Ja, das Gute halt mit der Maske ist, du kannst halt dadurch weiter springen. Das ist natürlich. Vereinfacht ist um einiges. Du musst halt nur gucken, dass du früh genug ein bisschen den Wind aus dem Sprung nimmst. Ah, fuck you. Ich hasse die Viecher. Na, wir müssten jetzt eigentlich, die erste, wollte ich gerade sagen, so die erste Etage haben wir. Wir sind schon mal auf dem Dach. Was willst du da, ja? Sagen, nein, nix her, aber ich spüre die Kalten, das ist unbesiegbaren Bösen, das ist keine Maske. Bla. Du kannst jetzt entscheiden, ein Herzteil holen oder weitermachen. Wir holen halt Herzteil, wenn wir schon hier sind. Oder willst du echt hier nochmal zurück? Ich mach hier oben mal einen Safe State nochmal, weil man kann hier sehr leicht und sehr schnell runterfallen, das weiß ich noch. So, lass mich raten, du meinst wahrscheinlich das da hinten, ne? Äh, du musst dann darüber flattern, ja. Da brauch ich dann. Oh, Schal, Gesundheit. Ich weiß gar nicht, ob du das so schaffst. Knapp. Frage ist jetzt, ob ich das Zeit nicht so schaffe. Ja, schon, also das Herzteil kriegst du, aber zurückkommen wir nicht mehr. Zurückkommen wir allgemein nicht mehr. Wie soll ich denn da rüberspringen, Digga? Geht nicht. Runter. Aber nicht ganz runter, dank Slavi. Aber ist ja schnell gemacht. Ich kenn ja die Räume hier jetzt. Ja, das Herzteil ist halt blöd, da kommt man nicht drumrum nochmal den Weg zurückzulachen. Ja, ist der Scheiß hier. Das ist ein bisschen das Nervige an diesem Tempel, zumindest auf der Konsole, wenn man es jetzt nicht so lowbobbig wie wir macht mit Safe States. Wenn ihr da einmal runterfallt, dann fallt ihr auch runter und dann ist meistens vorbei. Ich reiß hier sowieso nichts, wenn die scheiß Maske nicht drin ist. Zack. Ich glaube, ich schnapp mir nach dem Bad, nach dem Bad hier noch ein Bier. Nach, nach dem Bad schnappst du dir noch ein Bier. Ja, ja. Digga, ist gut. Alter. Ist gut, oder? Lieber machen. Werde ich doch mal. Werde ich doch mal. Vielleicht gefällt Slavia, wer weiß. Man kann es nicht wissen, du. Die Masse spekuliert. Jo, gleich richtig. Bevor ich jetzt hier unnötig Magie verhau. Rauf damit. Eigentlich müsste die Zeit reichen, um direkt durchzuswitchen, nicht wahr? Da. Gott, das ist ja mehr als ausreichend. Hm. Slavia, du Leichtgewicht. Tja, Holz schwimmt oben, ne? Ja, wie gesagt, gut mitgedacht Dupdi-dupdi-dupdi-dupdi-dup Ach, wir haben's gleich, wir haben's gleich, Digga Ihr seid sicher, dass ihr Link to the Pass von uns sehen wollt? Ich meine, man kann aus dem Haus kennen wir ja wenigstens noch ein bisschen Obwohl, er kann sich Slagsi nicht aufregen, weil er das Spiel nicht kennt Sag das nicht, ich kann mich immer aufregen Ja, Slagsi findet immer einen Grund Für einen Zehner regt er sich mit auf Oh, 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 oh War gerade ein bisschen zu viel Action Explosion Bleibt cool, alles cool Eigentlich müsste man den Sprung auch so schaffen Okay, eigentlich nicht Anversuch wert Weißt du, wenn du einmal sagst oder einmal nicht sagst, machen Safe State, stürzt er natürlich runter Ja, ist doch kein Problem, ist doch jetzt nicht so, als hätten wir Lebensenergie-Probleme Ja Alter, die Explosion, die zieht echt an dem Emulator Das ist ein bisschen zu viel für den, ne? Mach langsam Himmelarschen, jetzt werden Hoppala Ich glaube, die Sprünge schaffst du auch, glaube ich, nur mit der Hasermaske Ah, pisst euch Nicht nochmal Not again So, dann machen wir hier nochmal ein Safe Dann ist der erste Bereich schon mal komplett fertig Das Herzteil haben wir und wir sind wieder oben Wunderbar Wo geht's weiter? Am Geländer Am Geländer Da nehme ich das Ding mal lieber Die Sünder ist das Ich befürchte, wir brauchen den Schalter Ja, aber hier haben wir Aber hier kommen wir wieder zurück Ja, wenn wir mit der Hasenohrmaske springen Müssten wir den Rückweg eigentlich Wir müssten es auch ohne schaffen Ohne den Schalter oder was Oder ohne die Maske Ja, ohne Deko Gut, dann Wenn wir mal hinkommen, kommen wir aber zurück, oder? Das ist eben das Problem Aha